servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal und es ist endlich soweit wir haben wieder world opening season quasi und heute starten wir durch mit zwei chars zum einen mein parlor habe ich tatsächlich sage und schreibe ein key gehalt aber besser als nichts gibt immerhin 252 gear und wir haben die eule und da hoffen wir natürlich auf satte teese teile sechs von neun optionen sind da also dreimal mythic plus dreimal raid nix im pvp und ja ich bin mal gespannt ob da was gutes bei abfällt aber fangen wir erst mal an mit dem paladin langsam rein starten wer weiß was der so kriegt und einen ring ritual knochen band wörser mastery das ist jetzt gar nicht mal so geil mein wörser ist okay aber haste wäre mir lieber gewesen wobei besser als das ding hier mit krit mastery ist zwar ein sockel drauf aber der ist trotzdem relativ bad in dem fall nehmen wir jetzt so finger hast sagt sagt so fertig nehmen wir mit ist gekauft sagt schluss aus ende da können jetzt auch auf seinem key spitzen des aufstiegs das gezielt mit mir okay so er kommt da rein und dann sind wir 227 von 225 also schon mal zwei item level auf dem parlor gemacht wahnsinn das ist natürlich richtig sexy so jetzt geht man hier noch so da der kriegt den auch fertig zack so also paladin ein ring bekommen das ist von mir aus okay aber jetzt jetzt kommt's halt ne jetzt bin ich ein bisschen nervös jetzt hätte ich nämlich gerne tset teile oder zumindest halt eins grundsätzlich kann man sagen gut wenn ihr dieses video seht werdet ihr die volt wahrscheinlich schon aufgemacht haben aber dadurch dass in jedem slot theoretisch ein t teil drin sein kann auch auf mythic plus wollt ihr in der regel t teil haben denn wenn man 15 macht und 278 item bekommt und 278 t teil das ist schon ziemlich sexy und diese boni die tset boni sind halt extremst stark also bei vielen klassen und machen in der regel auch mehr aus als beispielsweise ein eine waffe oder so auf 278 also gucken wir mal rein was wir hier schönes haben daumen drücken für ein t teil es ist mir auch scheiß egal welches item level please einfach irgendeins so mach hin oh yeah oh yeah und da ist ein teil nice das ist sogar zwei damn it damn it damn it okay wir haben einmal also eigentlich sind jetzt die anderen items komplett wurscht ja wir haben jetzt einmal höschen gamaschen der fix sterne mit crit mastery und wir haben die handlappen der fix sterne mit haste mastery also 265 t teil das 278 ist mir jetzt ziemlich wurscht weil äh ich habe eh keine main hand und äh ja fuck it aber jetzt muss ich erstmal gucken bevor ich mich entscheide ne nicht sanktum der herrschaft wo droppen die beine und bein ist halondros handschuhe lihuvim okay also ist jetzt de facto nix was ähm schwieriger wobei ähm also die hände haben die besseren stats mit haste mastery die sache ist aber ich will ja möglichst schnell mindestens den zweier bonus haben ähm in dem fall ist es durchaus so wenn ich jetzt schon mal weiter denke und ich würde die handschuhe nehmen ich gehe davon aus dass wir eher äh oder dass man eher lihuvim mythic legt als halondros nummerweit gedacht dementsprechend würde ich höchstwahrscheinlich eher die chance haben auf 278er handschuhe als auf beine also ich glaube ich werde die beine nehmen einfach vor dem hintergrund da ich das teil höchstwahrscheinlich später austauschen werde beziehungsweise eher die chance habe bessere handschuhe früher zu kriegen und ja ich nehme jetzt die beine tset ist tset das ist schon mal wichtig und das bisschen haste ist mir jetzt an der stelle mal egal so was haben wir für ein key blutigen tiefen verstärken platzen stürmisch oh boy und 265er beinchen oh yeah damit kommen wir auf 256 das ist schon mal ganz nett speichern diese ja damit bin ich schon mal zufrieden zwei teeteile gleich drin gehabt das hätte ich nicht gedacht 1 raid 1 mythic plus das ist ziemlich nice damit kann man leben ähm ja ich bin zufrieden ich habe das was ich wollte und jetzt äh gut später am abend wo ich dieses video aufnehme dann noch raid vielleicht habe ich ja glück und kriege noch die handschuhe oder so und kann zumindest den zweier bonus bekommen das wäre ganz nett ähm ja alles in allem bin happy ich hoffe für euch lief es ebenfalls gut schreibt gerne mal in die kommentare ob ihr auch tset drin hattet oder was anderes feines damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video ich wünsche euch eine gute zeit bis dahin lasst es euch gut gehen reingehauen